Er hat coole Klamotten und haut gern einen raus. Er nennt sich Herr der Ringe und sieht wie ein Hobbit aus. Russendoping fand er früher gar nicht so schlimm. Und fragt man, was wusste Putin? Dann hört er nicht hin. Er bestraft nur Bauernopfer, will beim Kreml kein Stress. Are you Putins Maskottchen? The answer is yes. Hey, hey, Thomas Bach. Hast den Arsch nicht hochgebracht, nicht hochgepallt. Thomas Bach. Hast lang gefackelt und blöd gelacht, nur blöd gelacht. Für mich ist er eigentlich Teil des Dopingsystems. Ich stelle mich auch für Thomas Bach. Winterspiele mitten im Naturschutzgebiet. Holz die Bäume um und sing das Win-Win-Win-Lied. This is really a Win-Win-Win-Situation for everybody. Ne ruhige Kugel geschoben, ordentlich Kohle kassiert. Denn IOC ist egal, wenn sich ne Stadt ruiniert. Es folgt das böse Erwachen nach dem Ende der Show. Es bleiben nur die Ruinen. Sag mal, juck dich das. No. Hey, Thomas Bach, saubere Spiele, dass ich nicht lach, dass ich nicht lach. This really makes me only smiling. Vielen Dank. Vielen Dank.